Kevin sitzt im Rollstuhl. In der Schule hat er Freunde gefunden, doch zu Hause sitzt er oft allein in seinem Zimmer. Er schaut dann immer aus seinem Fenster und sieht den anderen Kindern beim Fußballspielen zu. Das macht ihn traurig. Eines Tages mindert es an Weihnachtstüren. Und die Jungs konnten den Schieblas fragen, ob er mit mir möchte. Du kannst unser Torwart sein. Nach dem Spiel stellen die Jungs fest. Du bist echt gut im Tor. Wirst du nicht wie immer bei uns mitspielen? Kevin freut sich sehr darüber und spielt ab jetzt immer mit den Jungs Fußball. Magst du uns jetzt noch ins Kino gehen und danach noch zu Riccardo? Ja, gerne. Dann ging er und die Freunde sich einen Film ansehen und aßen gemeinsam bei Riccardo. Musik 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 Musik